Liebes Publikum, sehr gerne wäre ich heute zu Ihnen nach Frankfurt ins Kino des Deutschen Filmmuseums gekommen, um persönlich mit Ihnen zu sprechen. Leider lässt meine Gesundheit derzeit nicht zu. Sie sehen nun den Walt Disney Film Klassiker Peter Pan aus dem Jahr 1953. Mit nur 20 Jahren habe ich seinerzeit die Hauptrolle des Jungen übernommen, der nie erwachsen werden wollte. An die Synchronisation kann ich mich noch recht gut erinnern. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, bleiben Sie doch gern noch ein wenig. Im Anschluss an den Film gibt es ein ausführliches Gespräch, das wir hier in München für Sie aufgezeichnet haben. Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen und gute Unterhaltung mit Peter Pan und grüße Sie herzlich. Ihr Ernst Jakubi Vielen Dank.